Die TSG Hoffenheim und der FC Bayern München trennen sich 4 zu 2, die Hoffenheimer demütigen nicht nur die Bayern, indem sie das Spiel gewinnen, sondern Bayern ist jetzt auch noch die Vizemeisterschaft los und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste heute nicht, ob ich lachen oder weinen soll, muss ich ganz ehrlich gestehen. Hoffenheim hat ein super Spiel gemacht, hat hinten raus irgendwo auch verdient gewonnen, muss man ja leider so sagen. Dabei ging es ja eigentlich super los für uns. Es war Mattis Tell, der in der vierten Minute das 0 zu 1 erzielte, gefolgt von Davis in der sechsten Minute mit dem 0 zu 2 und mir fehlen eigentlich immer noch die Worte bei so einem Ergebnis. Wenn du nach sechs Minuten mit 0 zu 2 führst, muss man eigentlich damit rechnen oder beziehungsweise haben, denke ich, auch viele Hoffenheimer Fans damit gerechnet, dass das ein Abschlachten wird. Aber Bayer hatte was dagegen, der in der achten Minute immerhin den Anschlusstreffer erzielte. Es waren Chancen auf beiden Seiten, da es hätte auch gut und gerne 1 zu 3 oder 2 zu 2 stehen können. 1 zu 2 war aber der Pausenstand. In der zweiten Hälfte die Bayern gefühlt zu nachlässig, vor allem was ich persönlich finde, was dieses Jahr absolut, würde ich sagen, Bayern den Stecker gezogen hat. Die zwölfte Meisterschaft in Folge zoll. Natürlich, dass man nicht konstant genug war, aber vor allem auch die Abwehr, die viel zu löchrig ist, viel zu viele Fehler macht und das hat man heute auch wieder gesehen. Ja gut, dass der Kramaric gefühlt das Spiel seines Lebens macht in der Saison, konnte man nicht mit rechnen, aber trotzdem war das 2 zu 2 in der 68. Minute auf jeden Fall verdient. Die Hoffmeister haben das super gemacht, weil wir sind zwar ausgeglichen, untypisch für die Bayern und ja, alte Fehler und ja, ich sage mal so, wenn du über 40 Gegentore kassierst, das ist nicht Bayern-like und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass Bayern mal über 40 Gegentore hat. Das ist schon echt heftig und die Hoffmeister haben das einfach mit Leidenschaft gemacht, was ich mir von Bayern gewünscht hätte am letzten Spieltag. Man hat das Gefühl, dass zum Teil dann auch diese Lustlosigkeit da war, die man auch das öftere Mal in dieser Saison gespürt hat und ja, so kannst du einfach nicht spielen und das hat für mich auch nichts mehr mit Bayern-like zu tun. Das ist für mich und das sage ich als Bayern-Fan einfach nur armselig, wenn man sich ja so hinten raus blamiert und Kramaric dann in der 85. das 13-2-Macht-Spiel gedreht und nicht nur das. Er macht dann noch einen Headtrick und macht in der 87. Minute die endgültige Entscheidung zum 4 zu 2. Eine verdiente Niederlage für die Hoffenheimer, ein verdienter Sieg für die Hoffenheimer und ja, was soll ich dazu sagen, es fällt mir ehrlich gesagt nichts mehr ein und ich muss das ehrlich gesagt immer noch verdauen. Wir sind jetzt nicht mal mehr Vizemeister, wie gesagt, es hat Stuttgart geregelt, Glückwunsch dafür und wenn sich nächste Saison nicht grundlegend was ändert, dann wird das nächstes Jahr nicht unbedingt besser werden und ja, im Moment habe ich da auch nicht wirklich eine große Hoffnung. Ja, speziell die Trainerfrage, aber das ist ein anderes Thema. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare, wir hören uns im nächsten Video und ciao, haut rein!